... So, die 17 Punkte sind es geworden für den Friedrichslandner. Da müssen auch die nächsten beiden Wettungsläufe her, um hier besser parkieren zu können. Jetzt aber die 33. Peter Zwang. Er war der Serienklassensieger. Der Klassensieger war aus dem ersten Tag mit Melk. Peter Zwang, er kam aus Slowenien. Die Burschen haben eine Triftszene da unten. Unglaublich, wie viele Jungs da unten das triften. Verführen und weiß nicht. Mittlerweile ist das so. Und wir spielen die Aussage hier in diesem Anblick mit Peter Zwang. Mit Bestand Nr. 33. Jetzt sind wir gespannt, was die Jury zu dieser Wettungsfahrt sagt. Schauen Sie sich das mal an der Peter Zwang. Oh, wunder. Wunder, die Läge. Ja. Bei der Beschichtigung hat es nicht so gut geklappt. Da war er noch zu eckig. Das schaut doch sehr gut aus. Und auch in die Bonus-Zone taucht er hinein. Und auch da gibt es keine Zentimetergrade. Da ist immer gespannt. Und unsere Fachschule.